Und Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim trennen sich 3 zu 1. Die Hoffenheimer machen sich das Ganze heute selber kaputt. Und Frankfurt festigt sich jetzt vor den Hoffenheimern. Mit, ich meine, sieben Punkte Vorsprung sind es jetzt auf Platz sieben. Also von daher sieht es im Moment sehr, sehr gut aus. Aber die Hoffenheimer sind in Führung gegangen durch John Anthony Brooks in der sechsten Minute. Früher die Frankfurter gefühlt noch nicht richtig sortiert. Und so kassiert man halt ganz schnell das 0 zu 1. Brooks war es auch, der eine rote Karte kassierte und somit sein Team schwächte. Die Frankfurter kamen somit immer besser ins Spiel rein, weil sie halt auch in Überzahl waren. Und sind dann durch Koch in der 32. Minute zum Ausgleich gekommen, was dann auch der Halbzeitstand war. Die Überlegenheit war auch in der zweiten Hälfte zu spüren. Und so war es Anfang der zweiten Hälfte, Ebembe, der in der 50. das 2 zu 1 macht und das Spiel somit drehte. Verdiente Führung für die Frankfurter, die sogar noch schöner wurde durch Mario Götze in der 64. Minute. Und das schien dann auch schon die Entscheidung zu sein. Es wurde noch schlimmer, Carbock flog in der 78. Auch nochmal mit Rot vom Platz. Also doppelte Unterzahl. Und die Hoffenheimer können dann doch froh sein, dass sie nicht am Ende noch höher verloren haben. Aber irgendwie bleiben die trotzdem auf Platz 7, knapp vor Freiburg. Aufgrund des besseren Torverhältnisses. Und ja, Frankfurt. Ich würde auch sagen, ob sie ohne die rote Karte jetzt unbedingt so deutlich und einfach gewonnen hätten, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, dass sie noch ihre Akzente hätten setzen können, weil sie allgemein heute ein sehr starkes Spiel gezeigt haben. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare, Daumen nach oben, da lasst ein Abonnier nicht vergessen. Wir hören uns im nächsten Video und ciao.